Uuuuua Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Herzlich Willkommen zur Auberung Vorherrschaft auf dem Zybur-Turm oder Zybur-Tower, je nach dem und ja, wir spielen das weil wir noch eine Aufgabe schon erledigen kann Drei Runden zu gewinnen oder zwei, nee drei für die JNG und Prozent die Spieler jetzt drei Runden und entweder verlieren wir gewinnen wir oder nämlich schon ja im guten Fall haben wir die Waffe dann schon im schlechten Fall wobei der schlechte Fall der 4 Naja weil wir müssen ja alle drei gewinnen da haben wir überhaupt kein Problem in die die Niederschaft wir müssen so positiv stapeln aber das hat man um ich bin heute mit enttäuscht nicht gehalten Ampe das schlicht und die Grafischen die in jeder der für das ist ein Tag das ist natürlich ich bei einem Leyen gesehen Prozent wie meine ich das und von Städte genauer in so Gegner jedenfalls was bist du ich habe der F2000 Prozent holographisches Visier dazu die M1911 ich glaube ich habe mir die dabei ist ein Scheißdreck und hat irgendwie runtergefallen vorunter von der Karte oder der vom Turm das ist doof also irgendwie das Sprung ich habe mich bei der Fußball ja die Hälfte haben und ja ganz schön weg hier ja in der Stadt spiel aber wir sind ja noch und verlieren uns jetzt mal hier ach komm im Nahladen habe ich ein ziemliches Problem bei der M2 weil die wird immer so lang braucht und du hast ja eigentlich nie Zeit dazu ja weil es im Nahkampf ziemlich gut ist Arndt vorfeuerfrequenz anscheinend ich darf er sich ja erinnert sich an fünf Prozent Prozent ganz zu kurz Prozent ja ich stehe die man hier ich stehe bis gerade auf neid sich ja einstieg auf die eine Welt vor und zu überlegen ich bin gerade P90 von oben, ich dachte, ihr hättet ihr gekriegt, aber... Doch, na, da hat er uns gekriegt. Oh, ganz oben. Warte, jemand? Da, wo auch jemand? Na, toll, das ist praktisch. Wie er da mit seiner Taschenlampe rumleuchtet. Ja, aber ich glaube, ich wäre wirklich mal die M3. SV98 von hinten, du. Was war denn noch so? Wir können ja mal... Eine Runde, wo sie sind. Ist die ja angepasst? Ja, schulde passen. So, dann hauen wir jetzt mal hier und wir können eigentlich auch als Medizinnmann... Wieso Indianer? Was sitzt jedes Mal an derselben Ecke drücken? So, pass auf, mit seinem JV Visier und dann nennen wir uns weg. Nehmen wir die mal hier. Ist die natürlich für ganz so angst. Erstmal C einnimm. Na, los! Ja, könnten wir. Hey, ich hab meine ersten beiden Kills. Wir sind so schlecht. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, wir sollten die Flaggen mal länger halten. Das wäre wohl von Vorteil. Aber das ist, wie immer, leichter gesagt als total. Oh! Oh! Wo muss der denn wegrennen? F2000, Mensch, sind gut! Das ist keine schlechte Waffe, du. Ne, aber hat halt ziemlich wenig im Magazin. Soll ich mal da auch noch etwas... Ne, hat 21. Der F2000 ist ein Stromgewehr. Ja, aber... Standardmäßig. Standardmäßig? Dring mich mal nicht durcheinander. Alter, ja. Na, der F2000 hat jedes Stromgewehr 31. Tatsächlich? Na. Ich hab' immer gedacht, der hat einen Tag. Das kommt immer zu wenig vor. Da hatte ich eine hohe Schussflugfläche. Ja, hat schon. Oh, Mist. Oh, Mist. Schon mitterleidig Lob und unterbrechen in den Blöden. Der ist bestimmt... Wo ist er denn? Ja, elf, drei, ne, gut. Ich bin doch nicht so weit oben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach! Schlüppend. Ich sehe hier gar nichts, weil einfach mir so viele entgegenrennen. Das stimmt. Ja, die... Ich hab' immer noch drin. Ach, da sind sie auch. So, dann müssen wir uns mal an alles denken, was hier so abgeht. Wenn die immer noch drin sind. Was geht denn hier so ab? Ach, geht denn da schrutt nicht? Weil... Dort hinten, wie schießt denn? Da muss er doch durch 3.000 Räume durchschießen. Ja, das war der sogenannte Umschießer. Ach, komm. Kann noch gar nicht sein. Da kann er den 3.000 Räume durchschießen. Sv98. Ja, genau der. Da, da, Ambient Flash? Äh, kann sein, dass das so heißt. Der ist schlecht mit Schrot. Alles besser. Wer braucht denn hier Treppen? Au! Kämpfen immer dort oben rum. Ja. Geh mir ein wenig auf die Nüchstorn. Ne, ne, ne. Oh, komm, da machen wir den Tod, dann kommt der noch von der Seite. ACW ist natürlich auch geil. Wer stimmt denn in der nächsten Runde mal probieren? Nachladen. Ja, von oben, da waren da natürlich nicht drauf gefasst. Also, wir haben jetzt gerade nur noch die Pistole. Gute alte Schlachtmanagement. Hier ist doch jemand zum Widerböden. Hör ich da gerade einen DoD-Bot? Na klar. Hat sich so bottig angehört. Und wo denn? Ach, von dort oben. Das nervt ja auch, wenn du hinten beim Swimmingpool bist und da hinten rausgehst und dann von oben dort jemand im Fenster hockt. Ja. Das stört mich immer, weil ich siehst du so schlecht. Wow. Mensch, da muss ja mein Kopf getroffen sein, ich wäre ja nicht so schnell tot gewesen. Wie war das? Wollten wir nicht irgendwie gewinnen? Wir wollten gewinnen und machen das. Mehr oder weniger. Ja, läuft. Klar. NG36, wie kann ich das gut machen? Komm, wir haben alle ein Sitzstier. Naja, komm mal hin. Und noch Tickets. Und die noch zu tun, dort. Was, wo ist er? Ah, mindestens getroffen. Ein Ambient-Flush. Ja, das ist er hier, der Schnitt, oh Mann. Naja, das ist ja schon jetzt das Ziel total verfehlt. Das ist ja ein bisschen zu tun. Ja, ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir so gut. Ja, ich bin mir so gut. Ich bin mir so gut. Das ist ja, ich bin mir so gut. Ich bin mir so gut. und so wir sehen uns gleich wieder bis gleich freundlich